Aus welcher Stadt? Aus Basel sind welche hier? Ist einer hier. Macht dieselbe Aktion in eurer Stadt. Ruft alle Muslime zum Gebet auf. So müssen wir anfangen. So müssen wir anfangen. Dass wir zurückrufen. Guck mal, wo ist der Islam geblieben? Stell dir mal vor, du fährst heute, vor zwei Wochen, am Eid, da waren wir in Köln gewesen, an den Ringen. Diskostraße dort. Wisst ihr, wie viele Muslime dort waren? Wisst ihr, wie viele muslimische Mädchen dort waren? Wir haben dort Flyer verteilt. DVDs verteilt. Wisst ihr das? Und ich gebe immer das Beispiel, muslimische Mädchen mit ihrem Freund. Weil wenn der muslimische jungen Freund, dann interessiert es sowieso gar keinen mehr. So weit sind wir runtergekommen. Ein Verbrechen gegen Allah subhanahu wa ta'ala und keinen interessiert es. Welches Mädchen geht als Jungfreund in die Ehe hier in Deutschland? Macht dir doch nichts vor, Achhi. Macht dir doch nichts vor, Achhi. Welcher Junge? Keiner. 0,1% oder so. Aber das interessiert sowieso keinen. Die Wahrscheinlichkeit, dass deine Tochter vor der Ehe mit Männern ins Bett geht, Achhi, die ist riesengroß. Und das möchte ich dir hier mal sagen, dass deine Schwester das macht. Warum? Weil nicht zum Islam aufgerufen wird. Weil du zu einer Gruppe aufgerufen wirst. Weil zu einem Gebäude aufgerufen wird. Du musst zu praktizieren aufrufen. Ich frage euch ganz ehrlich, wo habt ihr es erlebt? In Deutschland oder auf der ganzen Welt, dass Brüder hingegangen sind, haben eine kleine Moschee gegründet und sind von Haus zu Haus gegangen und haben gesagt, kommt zu uns in die Moschee. Wir wollen, dass ihr anfangen zu beten. Was ist das? Achhi, so muss das sein. Wir sind nicht irgendein Verein. Folklore-Verein. Der irgendwie versucht, für seinen eigenen Verein hier, wir sind der Verein so und so oder so und so. Subhanallah. Hier, wir müssen jeden aufrufen. Wenn wir das nicht machen, werden wir vernichtet werden. Was hast du gedacht? Hast du gedacht, Alter, hast du gedacht, Allah lässt das so sein? Du lebst hier, verrätst die Botschaft und bringst keinem was bei? Subhanallah. Und hast du gedacht, neben dir stehen die Christen und die geben Gas für ihre Religion. Die geben jeden Cent für ihre Religion. Und du als Muslim, du bist am Schlafen. Achhi, aber irgendwann wirst du aufwachen. Aber wir wollen hoffen, dass du nicht aufwachst, wenn im Grab die zwei Engel vor dir stehen und sagen, Mann, Rappo, wer ist dein Herr? Denn wenn du dann aufstehst, dann ist es zu spät. Achhi, wir machen keine Witze. Und diese ganzen Folklorevereine, die können ruhig Saltos schlagen, sich wie Rumpelstielchen aufregen für ihre eigene Unfähigkeit und ihren Neid zur Schau stellen, weil sie es in 30 Jahren nicht geschafft haben, die Lage der Muslime zu verbessern, sondern das Gegenteil. Aber glaub es mir, uns kann keiner aufhalten, Inshallah. Und wir werden weitermachen. Und wir werden von Stadt zu Stadt gehen und wir werden sehen, wie der Widerstand bröckeln wird, Inshallah. Ihr werdet es sehen. Man muss entschlossen sein, denn Brüder, ich sage euch eins, Schwestern, ich sage euch eins, wir haben jemanden auf unserer Seite, was heißt auf unserer Seite, wir haben jemanden, der uns hilft. Allah. Und wenn Allah hilft, und wenn Allah hilft, in Tansur Allah yansurkum, wenn Allah euch hilft, wenn ihr Allah hilft, wird er euch helfen. Wer will dich dann überkommen? Die Frage ist, warum betest du nicht? Verstehst du, man betet nicht, weil man sich nicht bewusst ist, was das für eine Sünde ist. Ich habe darüber geredet, dass wir uns nicht bewusst sind darüber. Leute, wenn dir jemand sagen würde, ja meine Schwester, die arbeitet im Bordell, die schläft jeden Tag mit 20 Männern für Geld. Würde der es einfach so erzählen? Nee, der würde sich schämen. Nicht zu beten ist schlimmer. Nicht zu beten ist schlimmer, als dass deine Schwester im Bordell arbeitet. Und wir stehen hier und lachen uns kaputt. Und wer betet? Wer betet? 1%, 5%, 10% Du willst dem Islam helfen? Du betest doch nicht mal. Sei dir bewusst, wenn du nicht betest. Das ist so gut, wie das Ticket in die Hölle. Vielleicht mit Rückfahrtkarte, vielleicht ohne. Das sage ich. So, wenn das so ist, welche Wahl hast du noch? Als Gläubiger musst du, was willst du jetzt noch sagen? Willst du jetzt sagen? Ja, ist mir eigentlich egal. Ist mir eigentlich egal. Verstehst du? Nee. Dann musst du beten. Aber jetzt gibt es 3 Ausreden. Kennt ihr einer? Welche 3 Ausreden kommen jetzt? Bitte. Ich habe keine Zeit. Ja, bitte Nächste. Das ist fast dasselbe. Nächste. Erstens, ja, Arbeit. Arbeit. Erstens Arbeit. Ja. Erstens die Arbeit. Das heißt, ja, ich arbeite, ich kann nicht beten. Das heißt, ich habe keine Zeit. Aber meist mit Arbeit. Wenn einer sagt, ich muss in die Disco, ich habe keine Zeit, dann sagen wir so, du scheinst nicht mal alle Tassen im Schrank zu haben. Bitte, psch, psch, hallo, Ruhe. so. Aber hier, wenn einer sagt, der kann nicht, weil er arbeitet, was sagen wir dem? Wir sagen dem, such dir eine andere Arbeitsstelle. Weil, wenn du auf der Arbeit, aber, nee, erste Frage ist, wir fragen, hast du auf der Arbeit mal gefragt, nee, wir sagen zuerst, was sagen wir zuerst, Schritt 1, der sagt, ich muss arbeiten, dann sagen wir zu ihm, Maschallah, du bist der erste Mensch, den ich kenne, der 24 Stunden am Tag arbeitet. Weil, wenn du sagst, ich habe keine Zeit, weil ich muss arbeiten, das heißt ja, du arbeitest 24 Stunden am Tag. Dann wird er sagen, nee, ich arbeite nur von 7 bis 14 Uhr. Dann sagen wir zu ihm, okay, wenn du von 7 bis 14 Uhr arbeitest, dann kannst du ja schon mal drei Gebete, mindestens, außerhalb der Arbeit beten. Das heißt, warum betest du denn nicht? Ja, hast du keine Pause bei der Arbeit? Jeder hat eine Pause bei der Arbeit. Das heißt, wenn er will, und er macht ein Dua, dann wird er auch auf der Pause arbeiten können. Dann wird er auch bei der Pause, in der Pause bei der Arbeit beten können. Ja? Das ist die Arbeit für Allah SWT. Wenn er wirklich will, er macht ein Dua, er wird einen Job finden. Und wenn du den nicht findest, aber ich habe das noch nie erlebt, ehrlich gesagt, dann glaub mir, kann diese Arbeit nicht gut für dich sein. Weil es kann nicht sein, dass diese Arbeit gut für dich ist und zur selben Zeit machst du eine Riesensünde gegen Allah SWT. Kann nicht sein. Okay. Zweite Sache war, ich habe eine Freundin, ich habe dieses, ich habe jenes, ich mache so viele Sünden. Entweder richtig oder gar nicht. Okay? Was sagen wir zu dem? Erstmal, richtig oder gar nicht? Was soll das? Gar nicht, wisst ihr, was gar nicht heißt? Gar nicht heißt Hölle. Gar nicht heißt Hölle. Und dann fragen wir, wer hat diesen Schwachsinn erzählt, richtig oder gar nicht? Wer hat das erzählt? Das ist vom Scheitern. Weil Allah, der Prophet selber sagt, dass jeder Sohn von Adam Sünden macht. Allah sagt im Koran, dass die guten und die schlechten Taten gewogen werden. Jeder macht schlechte Taten. Es gibt keinen Menschen unter uns, der keine schlechte Tat macht. Gibt es nicht. Gibt es nicht. Das heißt, wenn, dann würden wir sagen, richtig. Aber er sagt, ja, ich mache zu viele schlechte Taten. Was sagen wir zu ihm? Was ist besser? Du hast eine Freundin und du nimmst Drogen. Jetzt, ich frage euch, was ist besser bei Allah? Du hast eine Freundin, bist Zuhälter, Drogendealer und Bankräuber oder du hast nur eine Freundin. Was ist besser? Was ist besser? Also der eine, pass auf, wer ist besser? Der eine hat eine Freundin, aber der ist kein Drogendealer, kein Bankräuber und kein Vergewaltiger. Der andere ist, hat eine Freundin, ist Drogendealer, also pass auf, Person A, Person A heißt, nee, nee, Ali nicht, Peter. Und der andere heißt Oskar. Peter hat eine Freundin, aber die sind beide zum Islam übergetreten, ja, sozusagen. Peter hat eine Freundin, ist aber kein Drogendealer, ist kein Bankräuber und ist kein Kinderschänder. Okay? Oskar hat Islam gerade angenommen, ist aber Drogendealer, hat eine Freundin, Kinderschänder. Wer ist besser? Peter oder Oskar? Peter ist besser. Warum? Weil Peter weniger schlechte Taten hat. Okay, was ist besser? Du hast eine Freundin und betest oder du hast eine Freundin und betest nicht? Tja, weil nicht zu beten ist schlimmer, als eine Freundin zu haben. Sagst du jetzt ja, ja, okay, ich hab...